Der Partner ist in einer Schildkröte und ich möchte die Schildkröte umdrehen. Also setze ich mich auf die Schildkröte drauf und schnappe mir mit beiden Händen unter den Arten den Anzug. Der eine Fuß wird jetzt ganz eng hier dran in das Bein eingehakt. Und jetzt werfe ich mich auf die Seite und nehme meinen Partner mit in den Rucksack.